Alles andere als flüssig läuft noch der Salzburger Flugverkehr. Corona hat viele Verbindungen ausradiert und diese wieder herzustellen, erfordert mühsame und zähe Verhandlungen. Ob wir im Winter wieder viele Touristen erwarten dürfen und ob wir selbst wieder Tourist werden können, darüber möchte ich jetzt mit Bettina Ganghofer, der Geschäftsführerin des Salzburger Flughafens, sprechen. Schön, dass Sie da sind. Herzliches, grüß Gott. Wenn man die Zeit vor der Krise mit jetzt vergleicht, da liegt die Zahl der Verbindungen nach Salzburg in etwa bei einem Drittel. Wenn man dann noch beachtet, dass man 40 Prozent des Jahresumsatzes allein im ersten Quartal eines Jahres macht, dann sieht man auch, wie wichtig der Wintertourismus ist. Wie gelingt es Ihnen, die wichtige Zahl der Verbindungen noch weiter zu erhöhen? Wir haben hier zwei Herausforderungen. Das einmal ist die Destinationsvielfalt. Das ist uns in diesem Sommer sehr, sehr gut gelungen. Wir haben schöne, interessante Destinationen dazugewonnen. Von einem Lübeck über ein Amsterdam, ein Riyadh, ein Dubai. Also wirklich spannend zu dem herkömmlichen Verkehr nach Deutschland und so weiter oder in die Türkei. Was uns aber fehlt, ist die Häufigkeit der Verbindungen. Also wenn man nur einmal oder zweimal am Tag nach Frankfurt fliegt, wo man vorher viermal hingeflogen ist, wenn man nur fünfmal in der Woche zum Beispiel nach Düsseldorf fliegt, was man vorher dreimal am Tag hat, dann kann die Häufigkeit noch nicht passieren. Wir sind schon mal froh, dass uns das gelungen ist. Und wir sind auch momentan noch optimistisch, was den Winter angeht. Die Anmeldungen sehen vielversprechend aus. Wenn das alles so käme, ohne weitere Reisebeschränkungen, halten wir 80 Prozent von 2019. Und das wäre der Clou. Jetzt haben Sie die Einreisebestimmungen schon angesprochen. Jetzt schaut es aus, dass man nach 21 Monaten das Tal der Tränen dann durchschreitet und das Personal jetzt im Dezember wieder aus der Kurzarbeit herausholt. Spielen Einreisebestimmungen der anderen Länder da auch eine Rolle? Weil ich nehme mal an, das ist schon wichtig, ob zum Beispiel Großbritannien sagt, naja, Salzburg darf man anfliegen. Die Reisebestimmungen, ob Reisebeschränkungen, Reiseverbote oder was es auch immer geben wird, spielten jetzt in der Entscheidung zur Beendigung der Kurzarbeit keine Rolle. Wir haben einfach gesagt, wir gehen davon aus, dass es einen Winter gibt. Wir wissen nicht, wie intensiv er sein wird. Aber wir dürfen nicht vergessen, nach 20 Monaten Kurzarbeit müssen wir auch wieder lernen, diesen Flughafen richtig zu bespielen. Und dafür brauchen wir den Dezember. Weil, stellen wir uns vor, die kämen alle so wie derzeit angemeldet, kann ich denen ja nicht auf einmal sagen, bitte fliegt wieder zurück. Wir wissen leider nicht mehr, wie es geht. Oder uns stehen nicht genügend Hände zur Verfügung. Das wäre der Wahnsinn. Wie schaut es eigentlich mit dem Salzburger Winterflüchtling aus? Wenn der aus Salzburg raus will, was muss er beachten im Sinne der Corona-Regeln? Weil das ist ja, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten. Und was kann er noch anfliegen? Welche Destinationen sind attraktiv? Wir haben sehr schöne Destinationen im Winter. Wir haben natürlich für den Städtetourismus alles, was in Deutschland liegt. Wir haben die Türkei, wir haben Amsterdam. Und im sonnigen Bereich, neben dem Dubai, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, die Kanaren stehen auf dem Programm mit Gran Canaria und Teneriffa. Und wir haben natürlich Ägypten mit Turgada. Was die Reisebestimmung angeht, da bin ich kein Orakel. Das muss man wirklich kurzfristig vor der Reise immer wieder überprüfen. Denn entweder macht das das Reisebüro für einen oder man schaut auf die Seiten des Außenministeriums, weil die ändern sich zu schnell, als ich da zu einer Aussage treffen könnte. Aber es hat der Flughafen seine Corona-Regeln, es hat eine Airline ihre Corona-Regeln und es hat das Zielland irgendwie seine Corona-Regeln, oder? Genau. Wir haben unsere ganz klaren Regeln. Wir unterliegen derzeit einer 3G-Betriebsregel, ab Mitte November einer 2,5G. Wie sich das bis zum Reisezeitpunkt des Einzelnen noch verändern wird, das weiß ich nicht. Und ansonsten, wie gesagt, die Fluggesellschaften haben natürlich Spielregeln und natürlich die Zielländer. Darüber muss man sich einfach klug machen. Ein Thema, das mich jetzt noch interessieren würde, das wäre der 10-Jahres-Plan des Flughafens, wo noch ein stolzes 200-Millionen-Euro-Investment drinnen ist. Und ich glaube, wenn es jetzt nach Ihnen gehen würde, würden Sie viel dieses Geldes in eine neue Terminal-Landschaft investieren. Warum? Sollen die Terminals hübscher werden oder steckt da mehr dahinter? Also bei den knapp 200 Millionen handelt es sich ja nicht um Ein-Invest, sondern es sind ganz viele Maßnahmen, die einfach zur Erhaltung dieser Bodenverkehrseinrichtungs-Infrastruktureinrichtungen dienen. Das Terminal selber ist in die Jahre gekommen. Das wurde Anfang der 60er gebaut, dann wurden ganz viele Gebäude dazu gebaut. Es ist heute nicht mehr richtig zu betreiben. Und deswegen müssen wir es auch erneuern, aus betrieblichen Gründen ganz einfach. Nicht, weil wir uns erweitern wollen oder weil wir es schöner haben wollen, sondern einfach, weil man das Alte nicht mehr zukunftsfähig halten kann. Und wir brennen darauf, weil ohne Terminal kein Flughafen. Und deswegen ist es eines der ganz zentralen Investitionen, die wir hier vorhaben. Bettina Ganghofer, Flughafengeschäftsführerin, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, auch.